Es kann sein, dass man bestehende Tabellen nochmal erweitern muss. Hier braucht man nicht von vorne beginnen. Man geht hier einfach in die Tabelle rein, schaut, was braucht man denn hier. Also hier hätte ich noch gerne Kopfzeile, also gehe ich in die oberste Zelle. Ich sage hier Tabellentools, Layout und dann hier die Schaltfläche darüber einfügen. Und schon habe ich hier eine zusätzliche Zeile, wo ich dann hier entsprechend Ergänzungen vornehmen kann. Ich kann hier natürlich auch die Erweiterung als Spalte hier zum Beispiel links daneben machen, also links einfügen. Und dann hier zum Beispiel Anrede schreiben. Okay, muss ich ein bisschen weiter nach drüben schieben oder hier in die Richtung. Und so kann ich entsprechende Ergänzungen vornehmen. Ich kann sogar innerhalb dieser Tabelle, kann ich hier, wenn ich zwischen also Claire und Rainer eine Zeile brauche, dann gehe ich eben praktisch hier mit dem Cursor zum Ende dieser Zeile hin, gebe die Eingabeteste und dann habe ich hier eine zusätzliche Zeile. Wenn ich Zeilen wieder löschen möchte, die muss ich vorher markieren. Wenn ich jetzt aber auf Entfernen drücke, dann ist hier nur der Inhalt gelöscht. Wenn ich die ganze Zeile gelöscht haben möchte, muss ich die Umschalttaste gedrückt halten und dann kann ich auch die ganze Zeile löschen. Ja, wenn ich jetzt drüber vielleicht noch sagen möchte, das Ganze soll eine Adressdatei sein, dann habe ich ja hier verschiedene Spalten und ich kann diese Spalten zu einer Spalte oder zu einer Zelle verbinden, indem ich hier sage Zellen verbinden und dann kann ich hier in einer Zelle schreiben. Es könnte aber auch sein, dass ich eine Zelle in mehrere unterteilen möchte. Hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit dazu, ich könnte jetzt also das Ganze rückgängig machen, indem ich sage Zellen teilen, indem ich hier wieder auf sechs Spalten komme und dann muss ich hier ein bisschen Angleichungen machen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte diese Zellen in zwei Bereiche teilen, dann habe ich hier eben halt zwei Zellen zur Verfügung, kann das Ganze natürlich dann entsprechend zum Beispiel so angleichen.